Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Mario Kart DS, das letzte Woche sind wir hier stehen geblieben. Wir haben jetzt Level 5 abgeschlossen, was natürlich irgendwie viel zu einfach ging jetzt. Aber wir sind ja jetzt bei 6.1 und Level 6 ist schon die Härte. Also den Spaß werden wir auf jeden Fall gönnen. Auch wenn ich schon langsam beim Boss Angst habe. Ist die Frage, wie die rotiert. Ja, falsche Richtung. Sorry, ich muss mal nachdenken. Das ist Denken halt. Ist die Frage. So. So, ist die Frage. Genau, es geht jetzt hier andersrum. Perfekt. Und rum. Gewonnen. Was gibt's dafür? Zwei Sterne? Ich hab doch die beste Zeit hingelegt. Oder musst du anders drauf reagieren? Mal gucken. So. So, vielleicht. Äh. Ich muss versuchen, Gleichgewicht zu halten. Und, wie ist es jetzt? Danke für die drei Sterne. Nimm mich gerne gegen und jetzt hol dir Sterne und überfahre 15. Rocky Schraufschlüsse. What the fuck? Äh. Meine Fresse. So. Drei. Dann kommt der nächste Vier Fünf So Der Der Oh Gott Der Der Die Zeit reicht, ne ey Ich bin schon zu schlecht Fünf Sekunden, das ist doch schon die Hölle Mein Gott Irgendwann, dass die abhauen, das ist mein Problem Daufe auf Es sagt einfach keiner auf, das ist mein Problem Wenn sie aufdauert, kann ich sie ja nie bekämpfen Mann Verdammte Axt Komm Drauf heilen Äh, ja Komm Ah Bam, 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 bam Der ist auf vorn Komm Da, da Ach man Ich wusste, ich glaube, jetzt heißt der Kunde schon drei Sterne kriegen Dann müssen wir es mal erkommen Das wird gar nicht, gar Sterne geben War klar Es war so klar Was ist denn die Sache immer Eins, zwei Drei Ach man So, rückwärts Komm Komm Come on Komm Verhalten wir Das wird er nicht So, aufhörter, der hing ja auch fest Das ist ein Bug an der Stelle eigentlich So 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 Komm Ist ja unfair Wenn du keine Sterne hast, dann bist du auch am Arsch Zwei Eins So Zwei Drei Vier Fünf Wo ist der Nächste? Äh Ich wüsste mir vor, dass ich sie kriege Ist doch unfair Die Sterne war noch aktiv Komm Komm So Habe ich überhaupt nichts, also ich gehe gar keinen guten Rang Einfach, ich muss einfach für den Arsch es Eins Zwei Drei So Komm So Elf, zwölf So, doch du Yes Das waren drei Sterne, wo ich auf jeden Fall Die Technik hätte ich jetzt echt die ganze Zeit versuchen sollen Ich wollte die ganze Zeit so machen, aber es hat ja nicht geklappt Ach Gott Hat nicht geklappt Ich habe zu früh gedriftet oder falsch gedriftet Könnte alles sein So Nochmal Der rutscht einfach weg Das ist das Problem, er rutscht einfach weg Also ich muss einfach mal aufhören Mit Power Mini-Tobo zu arbeiten Ja Wenn Mini-Tobo Wenn ich so mache, dann würde es klappen, aber Ey, was mache ich falsch bei der Technik Ich rutsche ab Der rutscht Der stimmt doch was gar nicht im Spiel Der Boden dürfte doch gar nicht rutschen sein Bei Mini-Tobo ist er rutschischwer Hier, ihr seht's, der rutscht Der rutscht, was fickt doch mal auf den Boden Eigentlich dürfte er gar nicht rutschen sein Ist doch behindert Oh mein Gott Hier lang Da darf es rutschen, meiner Meinung nach Ach man Wieso fährt er mit Schwung darüber? Ich gebe doch gar kein Gas Lol Also ihr wisst, im Spiel alles kaputt, oder? Alles ist broken Wann kommt das DS-Remake? Ah, ne Stimme gibt's ja schon Ach, come on 1, 2, 3 Und Es gibt keine 3 Sterne, ey, die Wette Wusstest doch 20 Sekunden ist doch fast der 1 zu halten Weil man hier erstmal runterbremsen muss Wegen solchen Stellen Hier Der, der hat's hier gekriegt Weil der weggerutscht ist Das ist doch eigentlich falsch gemacht hier alles Eigentlich kann man das Spiel gar nicht sagen Ist eigentlich gar nicht richtig Ausgekorn Wenn er schon so Abrutscht Wieso rutscht er eigentlich so weit weg? Dass er die Mütze nicht mehr kriegt Und ich dürfte jetzt gar nicht sein Ist er bunt so Jetzt praktisch Spiel komplett in allen Ecken und Kanten Wer will gerne mal ein Remake programmieren? Nehme ich gerne entgegen Weil Ganz ehrlich Irgendwie ist das alles Total broken hier Hier Der rutscht einfach runter Kann ich doch was vergessen Wenn er zwei Sekunden abheilen will Dann schafft er das Nehme Jetzt ist der Motor wieder verpackt Irgendwie ist alles im Spiel kaputt Aber das haben wir glaube ich schon so oft besprochen Wir haben es schon besprochen Zählt mal bitte auf Ich habe nie mitgezählt Was auch wieder schon aufgefallen ist Ich hasse es mit Sliyoshi Der fährt sich einfach nie richtig Bei Rennen ist es kein Problem Der fährt da richtig aber hier Weil das Kart ist einfach nicht in Ordnung Kann auch sein Dass das Kart einfach nicht richtig passt Wir haben ja nie Irshis Standardkart genommen Wir haben ja immer sein Eingenommen Das kann natürlich auch sein Yep Ich bin der Überzeugung Es ist total verpackt Und kaputt Kann man nicht denn euch verklagen Für Schlechte Spiele? Wäre mal interessant Das wäre mal wirklich Eine sehr interessante Frage Ob das geht Ich meine Mir wird hier Die Zeit vergraubt Nur weil Alles verpackt ist Wenn das keine 3 Sterne sind Dann fick ich euch alle Danke So Zerstörung zu den Itemboxen Ne Leck mich doch Die kommt her Oh jetzt geht das schon wieder Ne Jetzt geht auf einmal der Start wieder Ne Nimm doch die Itembox Bist du Es geht auch gar nichts mehr So Die Einemach sind da oben abgehauen Die Einemach sind da oben wieder ab Meine Fresse Hab sie Tun wir es jetzt auch noch Ja Naja Äh Äh Kannst du auch gehen Sie kommen nämlich jetzt Die Itembox Naja Schön Und Go Ich warte einfach Die kommt ja auch Dass die da auch kommen Nach Gottes Willen Da ist eine Äh Komm Es steht nur eine Wir wollen jetzt auch noch Ey Was gibt es dafür Für eine Zeit Ey Alter Geh ich bin mit dem Betrug schon los Der Motor ist auch Wieder am Arsch Bravo Bravo Ach Come on Ist da oben mit uns Hä Ey Die fährt doch wie ein Betrüger So ich geh jetzt da lang No Fuck Fuck Es gibt es ja gar nicht Ich sehe So Rechts So Und go Nach Gottes Willen Ich glaube da niemals Er Leck mich doch Die Boxen sind Ver Wieder Beschiss Oder Komm Jetzt da hoch Genau Jetzt bringen wir da ab Dann nehmen wir die mit Ach mein Gott Die ist verpackt die Box Ach komm Ey 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 Die kann ist auch nicht ganz in Ordnung Ich muss ja drüber fallen können Wie blöd sind die Hitboxen denn gesetzt Ist ja nicht zu blöd Sonst würde es ja Funktionieren Ja Ach come on Nein Nein Ganz schlecht Das ist Ne Fang ich den Da ab Mann Eins Ich fahre mich da oben Ab W Wann Ich fahre da oben Langfahren Mann Irgendwie geht gar nichts hier Mit den einen Boxen Ist ja Ja genau Der fährt auf allem runter Und wir sind Wird nicht richtig geplant Oder Ich bin einfach dafür Nicht ausgelegt Für solche Aktionen So Jetzt kommt die Itembox Genau Hä Ich hab sie auf der Card verfolgt Die hätte ich berühren müssen Ach Die Card ist doch Für die Tonne Ja Ey Die betrügt doch Der weicht aus Ne Das zählt nicht Das zählt nicht mehr Die weicht aus Explizit Die weicht explizit aus Kommt es vorbei Mal 4 hab ich Koff 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 5 hab ich Und rühre mit uns Ach mein Gott Eins hab ich So Es geht's darum Ja Mal 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 8 hab ich Jetzt musst du mal Wieder hochfahren Das Problem ist Das funktioniert Ja leider nicht Hose 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 H- Ey Nicht mehr schaffbar Die Boxen Sind doch Betrug Die sind doch Falsch gesetzt Ohne Welt Die sind doch Falsch gesetzt Alter So Durch mir Jetzt so Genau Das ist die Große Gerade Unterwegs Genau Die fährt jetzt Da lang Die fange ich Da hinten ab Genau Jetzt Kurfe ich kurz rum Die holen wir uns Jetzt ab Und jetzt holen wir uns Die letzte Alright go Wenn das Gern jetzt Gleich Dann fick ich euch alle Danke Ich würde sagen Nächst mal geht es Dann hier weiter Kommentar Werdung nicht Vergessen Bis zum nächsten Part Bis dahin Und ja Emerald Control Kohl